Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim planlosen Let's Play von Crashlands, was aber trotzdem mir sehr viel Spaß macht. Ich hoffe euch genauso beim Zugucken. Wir sind immer noch auf der Suche nach... Wir müssen irgendwas tamen. Und wir sind mittendrin dort, wo wir tamen müssen. Ich weiß nur nicht, wo es hier rüber geht. Wir müssen mal einen Weg finden. Ich sollte mir vielleicht mal ein paar Platten machen, damit ich über den Weg gehen kann. Was ist das hier? Bobbler Ruins. Jetzt sind wir da. Das ist ein Schlüssel. Was ist das hier? Kann ich hier machen? Gar nichts kann ich machen. Da ist eine Kiste. Warte mal um die Kiste auf. In der Hoffnung, dass es mit dem Schlüssel aufgeht. Bomben haben wir bekommen. Okay. Jetzt lebe ich mir mal alles für den Bosskampf auf. Wer weiß, was wir da noch brauchen. Komm hier runter. Komm zu mir. Oh, oh, oh. Das ist knapp. Muss ich warten, bis ich nachgeheilt werde. Nein, raus da. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich habe es noch gesehen. Ich habe wieder hängen. Ich habe wieder... Ach, Dinge. Ich habe Dinge getan, die ich nicht wollte. Mama. Was haben wir denn eigentlich an, an diesen Fischrüstungen? Kopf, Brust, Handschuhe und Beine. Wir haben eigentlich alles an, was wir brauchen. Aber Moment. Okay, nee. Das Schwert ist doch 203. Alles klar, ist besser. Ist sogar blau. Nee, ist grün. Können wir vielleicht so ein Schwert noch herstellen? Ah, Mist. Ähm, was brauchen wir denn für so ein Schwert? Da fehlen uns noch zwei Tropfen und so eine komische Zunge. Ich meine, die Tropfen können wir herstellen. Die Zunge fehlt uns trotzdem. Hier können wir immer noch nichts herstellen. Diesen Finger müssen wir kriegen. Wo kriegen wir diesen Finger her? Was war das nochmal für ein Finger? Von einem... What? Watt für ein Watt. Watt für ein Watt. Können wir noch Tränke herstellen? Heiltränke? Jo, können wir noch. Brauchen wir mehr von diesen gelben Blumen. Fledermausviecher, okay. Ähm, tja, müssen wir da hin. Um die bessere Spitzhacke, weil die gibt's ja so viele Dinger, die wir noch nicht eingesammelt haben. Wo man sagt, äh, du brauchst was Verbessertes. Immer richtig? Jo. Hier geht's doof. Hier geht's doof. Oh nein, hier geht's glaub ich nicht durch, wa? Gehen einfach ein bisschen außenrum. Da wird's durchgehen. Ich will immer da oben angreifen. Oh, ich müsste mir noch mal einen Trank reinziehen, ich Ochs. Was wieder verrafft. Knappe Kiste. Aber es hat gelangt. Hä? Hör ich den Ernst? Greift er mich an? Die Bobbler Ruins. Wir lesen jetzt nochmal durch, was wir hier machen müssen. Ähm, wo war denn das? War das hier? Diese, diese Gathering Mother, ich muss unbedingt mal ein Quest nach dem anderen abschließen. Das ist ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich angesetzt habe. Blocksock, wir sprechen uns auf jeden Fall auch noch. Ähm. Hm, hm. Hm, okay, wir müssen jetzt kämpfen. Oh, die Bombe war aber sehr effektiv. Machen wir's jetzt. Äh, Ruhe ist. Ja. Au. Kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da haben wir's. Ich würd sagen, wir fahren mal ein paar Sachen im Startgebiet. Um dann so ein paar Heiltrinke herzustellen, dann probieren wir nochmal den Blockstopp, oder wie er heißt. Ähm, haben wir hier nicht irgendwie... Levelbomb, genau. Die können wir für den Boss verwenden. Geh ich jetzt irgendwas mal oben rechts raus? Okay. Können wir noch nicht farmen, da fehlt uns wieder der andere Kram. Ach, jetzt weiß ich, was ich farmen wollte. Diese schwarzen Tearmonster, die bringen uns ja so gewisse Ingredienzchen, die wir brauchen. Mal geh' ich hier runter nochmal. Man kommt ja wirklich vom Hütchen auf Stöckchen. So, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Da? Doof. Hm. Wo krieg' ich denn diese, 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 diese Finger her? Ich will jetzt diese Spitzhacke haben. Oh. Das Labyrinth, das war der Boss hier oben, ne? Das war der Bosskampf. Was war denn das hier unten? Warte mal, ich geh' da nochmal hin. Oh Gott. Öffnet das Vieh an. Hier noch was drin? Warte mal, hier hab' ich irgendwas rausgeholt, das weiß ich noch. Hier hab' ich irgendwas rausgeholt, aber hier ist nix mehr. Wird aber noch angezeigt, das Labor. greifen wir hier mal an. Na? Ich komm' da nicht ran. Verdammt. Jetzt hab' ich in meinen Heiltrank reingehauen. War'ne super Idee, Minyas. Ich bin das. Na, super. Oh, hier ist noch was fertig gecraftet. Das nehmen wir uns natürlich raus. Nein. Drei Heiltränke. Wir können aber auch keine neuen machen. Wir können noch ein... Oh, wir können einen Schutz herstellen. Das noch mal natürlich. Oh. Eigentlich viel zu warm, um Let's Plays aufzuhängen, oder? Also, ich weiß nicht, wie warm es bei euch ist, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme circa 30 Grad. Ach gut. So, Speed Potion, da haben wir aber schon, oder? Speed Potion haben wir schon, ja. Das wär' auf jeden Fall was für den Kampf. Wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Das war... Ne, hier hin. Und jetzt erstmal unseren Kram wieder. So. Okay, jetzt gucken wir einfach nochmal an die Quest rein, bevor ich hier weiter planlos rumrenne. Was ist ein Garter? Flattering and stylish and highly catalytic. I put one together. Also, wir müssen irgendein Garter herstellen. Das heißt, das muss ja irgendwo bei der Basis sein, weil das ist ja der Bereich, wo wir craften. Wir gehen jetzt nochmal zurück und gucken einfach mal, ob wir das Ding irgendwo herstellen können. Ne, hier ist definitiv nicht. Das kann nicht sein. Vielleicht hier. So. Hier definitiv nicht. Was ist ein Garter? Swap, safety. Nein. Das ist hier dabei. Flamesraw. Nein. 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 Alles nicht. Falsche Werkbank. Da sind wir richtig. Ein glatter Net. Ich glaube, ich komme mir nicht zurande. Was ist ein Garter? Bombet, Glue. Nein. 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 Es passt alles nicht. Weißt du, was ich jetzt erstmal machen werde? Ein paar Bodenplatten. Damit wir an Stellen, wo wir nicht rüber können, rüber können. Wollte ich hier die ganze Zeit schon machen. So. Das ist das komplette Interieur. Aber hier sehe ich auch nichts. Oh. Wir können jetzt die Handschuhe herstellen. Wir können jetzt die Handschuhe herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, ob die besser sind als die. Boah, die brauchen aber wirklich lang. Wir sind jetzt Wolverine gleich. Mal gucken, was die für einen Schaden machen und was sie für einen Schutz haben vor allen Dingen. Ich meine, die sind in Orange. Das ist praktisch die höchste Farbe in dieser Art von Spielen. Taffniss ist natürlich richtig gut. Taffniss ist natürlich richtig gut. Aber für was ist die gut? Ich ziehe sie mal an. Wir sind Wolverine. Quest complete. Craft the Butchankers. Ah, da hatten wir auch eine Quest für. Aber hier, wir machen ein Quest, obwohl wir gar nicht wussten, wo wir die machen müssen. Also, ich weiß immer noch nicht, was ein Garter ist. What about the Wombat want? Und die Wombats sind ja diese, diese... Hm. Ich finde diese, ähm... Rinozoros, ne? Hm. Fungus among us. Garter ist ein Strumpfband, aber wo kriege ich ein Strumpfband her? Jetzt kann er nur in einem... Ich habe doch keine Workbench, die ein Strumpfband herstellt. Also, hier definitiv nicht. Hier am Holztable sehe ich nur das Locknest. Hier sehe ich nichts. Das muss ja irgendwie ein Schutz sein. Äh, äh, Quatsch. Eine Klamotte sein. Das ist ja hier... Das ist Wombat. Das ist ja aus diesen Viechern. Da müsste es doch hier ein Strumpfband geben. Pants, Dings... Nö. Footmollet. Ah, das ist... Das ist der Garter. Ist der... Das Band für... Ja, genau, 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 genau. Gott, was brauchen wir denn da alles? Elf Spirits, Bodenplatten und ganz viel Leder. Ich glaube, diese Spirits kriege ich, wenn ich irgendwie diese kleinen Viecher am Boden knetsche. Alles klar. Hm. Okay, da habe ich natürlich etwas lange gesucht. Äh, da muss ich die hier überlaufen. Ne, da kriege ich, glaube ich, die Spirits. Oder? Ist das so? Ich hatte eben eins. Habe ich null. Ne, ist es nicht. Hm. Oder es sind die Viecher, die rauskommen, wenn ich in der Nacht unterwegs bin. Das kann natürlich auch möglich sein. Da war ja irgendwas, wo ich schlafen konnte. Dann habe ich diese Fliegefiecher gekillt. Ah, viele Fragen sind hier offen. Ihr Lieben, wir machen eine etwas kürzere Folge in Crashlands. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis, ja, morgen. Bis zur nächsten Folge, sage ich mal. Weil ich weiß nicht, ob die Folgen noch täglich kommen zu dem Zeitpunkt. Bis dahin. Ciao.